Ich habe mich also intensiv mit der Technologie hinter JetGPT befasst und da spielen sogenannte Token und Embeddings eine wichtige Rolle. Und deswegen meine erste Frage hier an JetGPT. Was genau sind eigentlich Tokens in der Sprachverarbeitung und warum sind sie so wichtig? Tokens sind grundlegende Einheiten in der natürlichen Sprachverarbeitung, wie Wörter oder Satzzeichen. Sie dienen als Bausteine für die Analyse und Verarbeitung von Texten durch Maschinen. Okay, der Token repräsentiert also in einem System Künstliche Intelligenz ein bestimmtes Wort wie Hund, Katze, Auto oder hier in Rüsselsheim Opel. Verstehe also. Und wie unterscheidet sich jetzt der Token von den Embeddings? Embeddings sind vektorielle Repräsentationen von Tokens in einem hochdimensionalen Raum. Sie erfassen semantische Beziehungen und Kontextinformationen, die für die maschinelle Verarbeitung von Sprache wichtig sind. Gibt es spezifische Anwendungen für diese Technologie? Ja, zum Beispiel werden Embeddings verwendet, um maschinelle Lernmodelle zu trainieren, die automatische Übersetzungen, Textklassifikationen oder sogar die Generierung von Texten unterstützen können. Man liest immer wieder in diesem Zusammenhang auch mit Rechencenter, dass für generative künstliche Intelligenz viel Strom verbraucht wird. Ist das ein Anliegen? Ist das ein Problem? Tatsächlich verbrauchen große KI-Modelle wie GPT-4 oder seine Klone erhebliche Mengen an Strom, insbesondere während des Trainings. Dies ist ein wichtiger Aspekt, der bei der Skalierung und Implementierung solcher Technologien berücksichtigt werden muss. Ist es möglich, aus einem bestehenden KI-Modell wie GPT eine abgeleitete Version vielleicht auch etwas stromsparender zu erstellen? Ja, Unternehmen können bestehende KI-Modelle verwenden, um spezifische Versionen oder Klone für ihre individuellen Anforderungen zu entwickeln. Dies könnte ein Geschäftsmodell sein, das auf maßgeschneiderte KI-Lösungen für verschiedene Branchen abzielt. Es stellt sich doch die Frage, wie wichtig ist dann aktuell die Fortbildung zum Thema künstliche Intelligenz und der Nutzung dieser Modelle? Fortbildung und das Halten von aktuellen Domänwissen sind entscheidend, um die Effektivität und Genauigkeit von KI-Modellen sicherzustellen. Welche Rolle spielt eigentlich die Datenqualität für die Nutzung generativer künstlicher Intelligenz? Datenqualität ist von grundlegender Bedeutung für die Zuverlässigkeit und Präzision von KI-Modellen. Hochwertige Daten ermöglichen es den Modellen, genaue Vorhersagen zu treffen und komplexe Probleme effizient zu lösen. Achim, was ist nun dein Fazit unseres Dialoges? Ja, ich denke, unser Dialog verdeutlicht, wie komplex und aber auch faszinierend die Welt der Mensch-Maschine-Interaktion in der Sprachverarbeitung ist. Ich denke, durch diese Integration von KI in unserem Alltag eröffnen sich auch neue Möglichkeiten, komplexe Probleme zu lösen, Muster zu erkennen und Innovation voranzutreiben. Es ist eine wichtige Herausforderung, auch hier den Stromverbrauch, die Entwicklung von Modellklonen sowie die kontinuierliche Fortbildung und Sicherstellung der Datenqualität im Auge zu behalten, um das volle Potenzial dieser Technologie zu realisieren. Und ich bin immer wieder erstaunt.